Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft 2. Wer besagt gerade den Ender Drachen? Ich hab den noch nie da gesehen. Ich muss mal ein bisschen gucken. BAM! Der Daryg ist schon. Ich hab keinen Bogen, Leute. Ich weiß nicht. Hey, weil das wir zu denen, die was ein Gitter haben. Ja. Passt. Und ich mach auch gar nichts. BAM! Ja, passt. Du hielst da derzeit was zum Essen, gell? Nein, ich hielst schon mal. Ich hab weg von was. So hast du es. Zack. BAM! Ja, Alter, knappst die Hit in Water, MLG. Nein, nicht, wenn sie zerlegt. Und gelandet. Und gelandet. BAM! Was hast du da? Ja, oder? Ich glaub, äh, ja, siegen gesagt. Und? Ich treffe nicht. Oh, ich treffe. Ich hab schon alle vier... Ah, nein, da ist noch einer offen. Super. Das kannst du ja auch mal sagen hörst. Um Gottes Wille, was ist da los? Jawohl. Okay, ich mach das schon. Ich mach das schon. Ich mach das. Ich hab das auch noch. Oh, da ist auch noch eine Horensan. Ah, bringt. Da ist er. Ah, da ist er. Oh! Was ist denn da? Das war eine Gaga da. Was ist schon alle vier ich dankst da warst? Ne, ne, wot, bis noch einer ihn gibt, da wot den mache ich geschnitten. Na, der Oman ist auch noch einer drauf. Wot, wo war denn jetzt der drauf? Ich hab mich teleportet. Ja, du, wot, ich hol mir den auch noch gehört, der was da war grad nix. Was ist da? Ich sieh ich nix mehr. Er hat ja noch einmal den auch noch, oder? Warum spiele ich so schlecht? Das war ja damals noch nicht so. Alter, warum lohnt denn das? Deppert, das spiel nicht. Das kann's ja nicht sein. Was haben wir alle? Haben wir alle? Nein, wir haben noch eine Dollar. Ja, er, aber er purtscht. Ey, Alter, der ist schon wieder weg. Ah, Florian! Alter, was hat der für ein Knockback? Ja, dann muss ich auch passen. Florian, bitte retter mich. Okay, in meinem letzten Ding geküßt. Florian, ich hab ja auch Angst. Florian. Ja, rein, ja. Ich sieh ich nix, Florian. Wo is denn da noch was zum runter schiessen? Ja, gar nix mehr. Gar nix mehr, oder? Lüge. Wo is denn da, ändert der Regen? Ey, tun sie hin, wäre gut. Deppert! Wovor hast du ma tun? Ah ja, warte, snap das ober. Ja, snap das ober. Ja, snap das ober. Der hat er aufbauen. Was ist das für eine Scheiße? Baaamm! Äh, endermin is on me! He will, he hits me! Please help me! Nein, 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 ich mach den. Florian! Blüsa, blüsa. Blüsa! 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 Okay, okay! Blüsa! 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 Wut, was ist das denn überhaupt für eine Konstruktion? What's going on hier? Ich don't understand. Was schon Konstruktion? Bla! Ey, waur! Warte, der Typ kreue ja gar nicht gsehe. Der hat die Uhr in seinen Atmen gewollt. Nein, schau kann ich an. Das war ein Woll. Schau dir rein. Ah nein, das ist der Flo. Manuel, pass ihn doch auf. Ich lege die Endermanns an. Oh nein, er muss da. Was ist going on hier? Kann man bitten? Nein, nein. Hat die Uhr gerade zu? Was? Oder bin nur ich da mit? Nein, ich bin auch gerade da. Was macht man damit? Schlau. Der Florian hat sich erst einmal gegen den Ender Dragon kämpfen. Schlau, schlau, schlau. Glückwunsch. Ich gucke in der Liefest. Finky will hit me soon. Because we hit me. Am Ort. 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 irgendwer hittet mich. Bitte helfen sie mir, ich sterbe gerade. Der ist ja voll illegal unterwegs. Hund. He is going to hit me. Please help me. Steve, please help me. Im Stuck. Bamm. He is going to hit me. Bye. Ich fetz ja immer. Gui, what's your problem. Der ist in der Mitte schon. Der ist in der Mitte. Jawohl. Alter, weißt, ich hau den und der Elektrik macht natürlich den letzten Hit. Aber mir kontert immer wieder. Na, mir sehne ich auch. Schwein. Was bedeutet das jetzt? Hey, jetzt habe ich auch der 60 Löffel. Oh, hey, hab sie sein, äh, um die Bieten. An Bieten. Wo ist es da? Wo ist alles? Warte, 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 warte. David, warte. Warte, 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 warte. David, warte. Was machst du mit ihm? Florian. Wieso, jetzt brauchst du ein Fackl oder was? Ja. Weil ich bin ja so ein Profi, jetzt platzierst du das drunter, weil ich mich auskann. Und jetzt ist es tot. Nein, der Flo hat's hingemacht. Happy. Spaß. Da, da, da. Das war der Livestream. Nein, Spaß. Warte, jetzt lass mich mal Happy Hippo essen. Happy Hippo, Happy Hippo. Happy Hippo. Happy Hippo. Happy Hippo Happy. Glaubst du das jetzt noch nicht, oder was macht das? Ja. Warte, das ist am Raufen. Ja, ja, warte. Wobei, na, warte, 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 wir gehen einmal in den City, also. Ja, da will ich auch hin, das ist jetzt am Raufen. Alter, wieso 24-7, Alter? Weil Florian im Fugel immer ist. Da, jetzt einmal ein paar Blech. Was? Das kann jetzt ein bisschen dauern, bis das ich bereich bin. Wir bauen jetzt einmal eine Brücke. Ja, wir haben jetzt noch die Wegebrücke. Ja, wir haben jetzt noch die Wegebrücke. Was ist, wenn wir jetzt einmal Enderbeeren farmen? Ja, dann machst du das. Ja. David, willst du auch Enderbeeren farmen? Ja. Da steht es. Wieso? Ja, das wir einen Zeitvertreib haben. Ja, komm mit! Ach so, da oder? Nein, ich hätte mit der Wegebrücke. Ja, da, da. Kannst du dann und ich bote jetzt wieder einmal ein Buch. Nein, Florian. Nein, Florian, du hast das ja falsch gebot. Ja, Florian. Ja, Florian. Ja, Florian. Ja, Florian. Hallo. Komm. Ich fuhre weiter. come sound. Ich füge mich. Oho. Das war's mit Ihrer Folgen. Lass uns ein Like und Abo da. Wiederschauen.